Buonasera, guten Abend, guten Morgen, guten Mittag. Sprege mit der Luizzi, der offizielle Ankündiger für die Sendung Bämbel und der Gababel. Er hat früher eigentlich mit Politik und Politikern gar nichts zu tun haben wollen. Seit drei Jahren darf er unsere Landeshauptstadt Wissbaden als Oberbürgermeister regieren. Herzlich willkommen Sven Gerisch. Wenn man deine Biografie liest, merkt man, dass eigentlich bei dir im Leben nichts gerade gelaufen ist. Ich bin bis zu meinem sechsten Lebensjahr mehr oder weniger wohlbehütet in der Familie groß geworden. Dann gab es da ein bisschen Unordnung in der Familie. Mein Vater hat irgendwann überlegt, dass das mit einer Frau nicht so ganz spannend ist. Er hat so ein bisschen Heiratsschwindelerei betrieben. Ich gehe Heiratsschwindelerei? So richtig. Nee, so richtig. Echt? Ja, ja, so professionell. Auch so erfolgreich, dass ihn das hinter schwedische Gardinen gebracht hat. Dann bis zu meinem siebzehnten Lebensjahr zusammen mit meinem Bruder in einem Wiesbadener Kinderheim verbracht. Heute zurückschauend war das das Beste, was uns damals passieren konnte. Man sieht ja, wo es Heimkinder überall hinbringen kann. Im Zweifelsfall bis zum Oberbürgermeister. Du hast mit 18 gemerkt, dass du schwul bist und hast daraus auch kein Geheimnis gemacht. Es gibt eine Legende, ich weiß nicht, ob die stimmt, dass du warst ja bei der Feuerwehr und hast irgendeinem von deinen Feuerwehrleuten gesagt, dass du schwul bist. Und der hat zu dir gesagt, ist okay, solange du mich nicht angrapschst. Du hast wirklich gut recherchiert. Hast du dich dran gehalten? Also es ist mir schwer gefallen. Der erste im Fernsehen gezeigte Kuss mit meinem Lieblingskollegen Michael Ebling, dem Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Mainz. Ist das ein Zungenkuss? Nein, ist das nicht. Wir waren ganz züchtig. Wir hatten ja unsere Ehemänner dabei. Ich bin der unmusikalische... Ja, das macht ja... Mit Summen kannst du ja auch. Es ist ja jeder unmusikalisch bei Summen. Das hört sich immer furchtbar an. Oh Gott, das will... Deswegen machen wir es ja. Hm, 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 hm. Dancing Queen! Ja! Ja! Dancing Queen! Jawohl! Untertitelung des ZDF, 2020